Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Der Unterricht an deutschen Schulen soll revolutioniert werden. Bundesbildungsminister Andreas Scheuer möchte im kommenden Jahr insgesamt 4 Milliarden Euro in die Klassenzimmer investieren. Von der Hälfte des Geldes sollen alle Kassettenrekorder durch DVD-Spieler ersetzt werden, damit das Filmeschauen kurz vor den Ferien endlich wieder zeitgemäß ist. Mit den restlichen 2 Milliarden sollen neue Overhead-Projektoren der zweiten Generation gekauft werden. Auf diese passen gleich zwei DIN A4-Folien. Scheuer sagt, wer mich kennt, weiß, dass ich mit so viel Geld sehr viel bewegen kann. Unsere Schulen werden schon bald dem internationalen Standard entsprechen.